Heute herzlich willkommen zu heute einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2 zusammen mit den anderen fünf. Hi! Und die Typen lauern einfach die ganze Zeit. Ich bin CIS. Hallo, ich bin auch wieder dabei. Ja, aber... Hä? Es connected einfach keiner. Leute! Leute, connected! Ich bin gegen Atrix. Wenn General News Afqa geht und wo Omi waren. Nein! Lennart, was bist du? Ja, Lennart, wir beide! Alter, das ist richtig unfair. Ich konnte gar nicht mehr mit Lennart im Team kommen, weil der direkt nach mir gejoint ist. Ich bin wie Walker, ne? Ich bin, ähm, Klon, ne? Ja, ich auch. Da, Lennart, Lennart! Lennart, Lennart! Hallo, Leon und Tim! Wo? Ich bin in eurer Gruppe. Hä, wo ist der? Ich und Lennart. Komm mit! Boah, Tim, war der gut! Ich habe mich zu schwarz, weil ich gehört habe, aber das war voll lustig. Hätte ich auf jeden Fall hören müssen. Was mache ich hier überhaupt? Ja, keine Ahnung. Erstmal überhaupt nicht auf der Map raus können. Pürger! Pürger! so wenn ich wieder so leute ich muss kurz weg leon ist jetzt auch ich bin alleine mit er hat nochmals vorliegen haben mit ihm und das werden wir reißen das werden wir alter die gott alle weg nein alter wie gerade durchzug ist ich weiß aber wer war das müssen dann jetzt den gänster zu stören du guckst bei mir auf den Boden, Daniel ah, tot treff den Kistar da oben nicht, Lennart der ist unsterblich das ist schnipphaft wo hocken die denn ja alle rum jetzt mal ganz ehrlich, Lennart da vorne ich mag Ate Ate voll Alter, wie viele Ate Oben sind, Lennart Wie kommt man da hoch? hmmm hmmm arti 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 hui klar ich hab da ich hab dir ich hab mir deinen geschnappt eben hä? was? so äh ah alter gibt's ja keiner weißen, wieder da yeah, Leon ist wieder da, wuhu, jetzt können wir doch gewinnen hmhmhmhmhm beziehungsweise konnten er liegt zurück das ist schon klar das ist schon klar das ist schon klar wuuhu alter, wie ich ihn Leute, war direkt links neben ihr, nicht mich nicht gesehen ich weiß es ist schwer, aber ich ist möglich r r ok das will ich sehen, dass wir da nicht wegkommen komm, lehrer, schaffen wir ja ach, Lennart ich bin schon weg wow, war das gut von euch Lennart geht's da oben um die Brücke da oben ich bin jetzt zumindest nicht mehr bei unserem Command-Kurse und kann dann gleich ein einnehmen wow, war das bei euch gut ok, die Leute ok, turn was, achso, ja äh, da bumm, was? was? hast du, du bist auf dem Boden, ne? das zählt immer noch, ok, bei dir das irgendwie nicht ja, das ist schon mal da ist ungefähr es ist wohl unfair, dass du die Stänge nahst komm schon, trifft auf wenigsten lehrer, wie willst du da landet hey, 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 hey Lariat, Skydiving oh, guck mal Leon, was ich habe aber vielleicht stirbst nicht so was ich hab ja jetzt gibt ihn ich hab schon einen Artie boah und wo hockt der denn am Boden ich bin voll nicht mehr in eurer Nähe boah ihr habt das voll bekämpft so ich hab die ganze Hand ausgehalten also das Teil ist so unfair ich hab's aber auch ich hab's aber auch ich hab's aber wer weicht mir denn aus oh ich bin grad erst mal hartleiter oh guck mal hier ist ein Stützpunkt den nehm ich mal ein ne was werd ich jetzt? ah ne ok ich dachte schon oh wer wirft denn da ne Granate das ist nicht nett oh oh Granate ne Alter ihr Granat werfei ja der Nahtkommaschneide äh da wo ich immer will äh da wo ich immer will ich muss doch gleich den Artie wieder schnappen weil ich den Stützpunkt eingenommen hab oh man da ich hab keine Ahnung wo er ja bei dem Stützpunkt der grad eingenommen wird vielleicht ich wollte trotzdem sagen dass ich den Stützpunkt eingenommen hab obwohl ihr so super gekämpft habt ja uns bekämpft ja aber ja aber wie konnte ich weg also sind wir in einem Camp ja nein da wurde ich getötet von von ah von Adrix nein den Punkt nimmst du nicht noch mal ein lad nein Spawn ja ich kann das Wort prungen sie ist doch welcher grad von Ladder eingenommen wird oh nein oh wer ist neid kann doch nur Tobias nein Ladder die doch wieder eingenommen auch nicht oh sorry ja so nassig ach du bist ja weil uns Tobias ja toll Tim steht auch nur rum ich kann mal dir helfen ok ich nehme mal schnell ich soll grad sagen ich nehme mal schnell den Stützpunkt ein IT die besten sind du 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 hast du gesehen welchen Weg ich immer nehme Leon ok du machst einen anderen Weg äh lol Tobias wird's mich verarschen Tobias hat mich angekündigt was rechts ich hab mir jetzt nichts oh und das war keine gute Idee glaub ich aaaah oder daneben ich schieße daneben Leute ich hab auch drei Herzen oder was auch immer das ist Tobias ist voll rassistisch bist du wohl alter ja er muss scherz vielleicht verstehen dass andere Leute anders Stützpunkt 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 Stütz er wird selbst schießen Leute auf mich böse Leute er steht er steht er hat mich getötet achso die Karten ich oben aus dem Turm rausgefiegt Scheiße jetzt sind wir ich krieg dich im Arsch Finken wo was keine Scheiße machen denn schlafen im 5 2 3 2 3 1 2 3 überdrucks nicht zu viel die 4 6 Kuschel ja du kriegst mich ja ab aber da ist wieder einer an der Woche ein Anruf hat war ein auch nein und wieder wieder nur ein schützpunkt haben so bei etwas von köln ja für die echt nicht gut und jetzt meine aber bestimmt durch drei oder so war 26 krass ich hatte 6 dann muss ich mir erledigt und jetzt geht es ja auch nicht in der ständig gezogen hat drunter gut aus dem Fall Prozent hier ist das mit der zwei Berlige von Feinern gelb ist mein lassen bei der Regel der Vorhung und Tüß